Sonntag, 12. August 2018 21 Uhr 9 Druckennutzungsrechte Feedback kommentieren. Dieses Rennen wird Lona Chwemtay Salpeter nicht vergessen. Die Starläuferin aus Israel hat sich bei der Leichtathletik-Europameisterschaft über 5000 Meter eine Runde zu früh über ihre vermeintliche Silbermedaille gefreut. Sie glaubte, sie sei bereits im Ziel. Erst dann bemerkte sie ihren Fehler, doch da war es zu spät. Die Konkurrenz zog vorbei. Salpeter wurde vierte. Was für ein bitterer Fehler? Lona Chwemtay Salpeter bleibt beim 5000 Meter Lauf eine Runde zu früh einfach stehen und büßt ihre exzellente Position ein. Konstanze Kloster halfen wird starke fünfte. Nummer an Zeichen blin 2018 bieg.twitter.com schrägstrich ple 131 rw j sechste. Sportschau Klammer für Sportschau 12. August 2018 gold ging an die europäische jahresschnellste. Sie fahren Hassan Niederlande schrägstrich 14.46 Uhr. Zwölf mit Meisterschaftsrekord. Platz zwei sicherte sich die Britin Eilish Mkulgan, Tochter der früheren 10.000 Meter Weltmeisterin Liss Mkulgan, in 14.53 Uhr. 05. Bronze gewann Titelverteidigerin Yasemin Khan Türkei schrägstrich 14.57,63 Punkt Konstanze Kloster halfen, die beste Deutsche, belegte einen starken fünften Platz. Salpeter hatte erst vor vier Tagen über 10.000 Meter Gold gewonnen. Dort hatte sie zu ihrem Glück die Runden richtig geteilt.